Energie Geld für Rentner zum 1.12.2022. 300 Euro brutto gleich netto. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit dem 4.9.2022, seitdem die Ampelkoalition das dritte Entlastungspaket bekannt gegeben hat, stehen hier in der Kanzlei die Telefone nicht mehr ruhig und still. Wir bekommen auch sehr viele E-Mail-Anfragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Unter anderem auch die Frage, bekomme ich am 1.12.2022 die 300 Euro Energiepreispauschale in voller Höhe, also brutto gleich netto gezahlt oder zieht die Rentenversicherung schon eventuell Einkommenssteuer von den 300 Euro ab? Also die 300 Euro, die sie ausgezahlt bekommen, sind an dem Stichtag 1.12.2022 brutto gleich netto. Also die 300 Euro werden definitiv durch die deutsche Rentenversicherung nicht gekürzt. Sie zieht also auch gar nicht irgendwelche Steueranteile für das Finanzamt ein. Das kann die deutsche Rentenversicherung im Übrigen auch rechtlich gar nicht machen. Die deutsche Rentenversicherung ist auch kein Arbeitgeber für Sie als Rentner. Sie zieht auch von Ihrer monatlichen Rente, das wissen Sie, keine Steuern ein. Das heißt also, Sie werden gegebenenfalls im Jahr 2023 eine Steuererklärung abgeben und dann können Sie mal sehen, was von Ihrer 300 Euro Energiepreispauschale dann real wirklich übrig bleibt. Zuständig für Sie als Rentner zur Bewertung der eigentlichen Steuerlast aus Ihren Renteneinkünften und der Energiepreispauschale ist grundsätzlich immer nur das Finanzamt. Die Energiepreispauschale, das wissen Sie jetzt auch, ist eine einkommenssteuerpflichtige Einnahme. Darauf habe ich auch schon in anderen Videos hingewiesen. Alle Rentner, die 300 Euro erhalten, werden in der Steuererklärung 2022, im Jahr 2023, den Zufluss der 300 Euro erklären müssen und dann abwarten, ob Sie tatsächlich die 300 Euro Energiepreispauschale versteuern müssen. Eines ist aber klar, zum 01.12.2022 wird die deutsche Rentenversicherung die 300 Euro Energiepreispauschale als volle Summe auszahlen, ohne irgendwelche Abzüge. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel